Weißt du, was das ist? Das ist meine Faust. Aber nein, keine Angst, sie will nicht gleich in dein Gesicht, sondern heute geht es um die 5 Arten der Eigentumsverletzung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Markus von Rechtssalat. Und wenn du künftig keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch bitte jetzt genau in diesem Moment den Kanal und aktiviere die Glocke. So bekommst du immer wieder einen wichtigen Rechtsbegriff erklärt oder auch wichtige Informationen rund um dein Jurastudium. Falls du noch jemand Eigentum an einem solch coolen T-Shirt, wie es ich heute hier anhabe, verschaffen möchtest, beispielsweise zu Weihnachten, dann schau doch gerne mal bei TheLoyalOne vorbei. Da gibt es wirklich richtig coole Juras, Free-to-Air und auch noch andere tolle Geschenke für Juristen. Ab nächster Woche darfst du dich dann freuen auf den Rechtssalat YouTube Adventskalender. Wenn du noch mehr zum YouTube Rechtssalat Adventskalender erfahren möchtest und auch ein bisschen einen Einblick in meine Vorbereitung bekommen möchtest, dann schau gerne auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Nun kommen wir aber zum heutigen Thema, den 5 Arten der Eigentumsverletzung. Kommen wir zur ersten Art der Eigentumsverletzung. Die erste Art der Eigentumsverletzung ist die Sachzerstörung. Eine Sachzerstörung ist die Aufhebung der Gebrauchsmöglichkeit einer Sache. Beispielsweise völlige Zerstörung dieses Handys. Kommen wir zur zweiten Art der Eigentumsverletzung, die Sachbeschädigung. Eine Sachbeschädigung ist die Verletzung der Sachsubstanz einer Sache. Beispielsweise leichtes Zerkratzen des Displays im Randbereich. Kommen wir zur dritten Art der Eigentumsverletzung. Die sogenannte Sachentziehung. Eine Sachentziehung ist die Aufhebung der Sachherrschaft über eine Sache. Beispielsweise jemand nimmt mir dieses Handy weg oder reißt es mir einfach aus der Hand. Kommen wir zur vierten Art der Eigentumsverletzung. Eine Gebrauchsbeeinträchtigung ist die Vorenthaltung der Gebrauchsmöglichkeit einer Sache. Beispielsweise der Lehrer in der Schule legt das Handy auf das Lehrerpult, damit es nicht gebraucht werden kann. Oder jemand versteckt dieses Handy, während ich lerne, damit ich beim Lernen nicht draufschauen kann. Die fünfte Möglichkeit, Eigentum zu verletzen, ist die sogenannte Zuordnungsverletzung. Eine Zuordnungsverletzung ist der direkte Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Eigentums. Ein kleines Beispiel dazu. Stellen wir uns einmal vor, du hast dieses Handy an deinen Freund verliehen und dein Freund als Entleiher überträgt das Eigentum an einen gutgläubigen Dritten. Nach den Paragrafen 932 fortfolgende BGB. Worin besteht nun der Unterschied zwischen Sachentziehung und Zuordnungsverletzung? Bei der Sachentziehung verliert der Eigentümer die Sachherrschaft. Bei der Zuordnungsverletzung verliert der Eigentümer das Eigentum. Das waren sie nun, die fünf Arten der Eigentumsverletzung. Und darum, so wie ich eingangs gesagt habe, die Faust der Eigentumsverletzung. Nun darfst du dich auf ein Video am Sonntag freuen, in dem du mehr zum YouTube-Rechtssalat-Adventskalender-Gewinnspiel erfährst, das ich in diesem Jahr zusammen mit Staatsexamenplan B präsentieren werde. Und zudem erfährst du auch noch, wie es hier auf diesem Kanal im nächsten Jahr weitergeht. Viele spannende Videos kommen hier auf jeden Fall. So viele kann ich schon mal vorwegnehmen. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden. Und nun bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.